Du steckst gerade in Schwierigkeiten, hast viele Probleme und suchst nach einem Modell, wo du immer eine Lösung findest? Nun, dann bist du heute hier wichtig zum Thema, wie du immer eine Lösung findest. Mein Name ist der Angel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Grupp-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und wir helfen Menschen nicht nur dabei, Finanzierungspläne, Businesspläne zu erstellen, sondern auch in Unternehmen aufzubauen und durch Schwierigkeiten zu gehen. Und das sei dir gesagt an diesem Punkt, als Unternehmer ist deine wichtigste Aufgabe, Probleme zu lösen, Schwierigkeiten zu überwinden, Krisen zu überstehen, Kursrichtung Ziel, den Weg einzuschlagen. Wenn du dir dein Umfeld mal anschaust, dann wirst du feststellen, dass es dort, wo es ein Links gibt, auch immer ein Rechts gibt. Und genauso wie es ein Links und ein Rechts gibt, so gibt es auch einen Arm und ein Reich. Und in deinem Unternehmen gibt es auch den Zustand mit wenig Umsatz und viel Umsatz. Und egal, wo du gerade bist in deinem Leben, wenn du jetzt beispielsweise links stehst, links an dir herauszufinden, was das Rechts ist. Wenn du an einem Schiff vorne stehst, nun, da kannst du jederzeit deine Position wechseln und nach hinten zum Heck gehen. Und wenn du wenig Umsatz hast in deinem Unternehmen, dann seid dir sicher, dass es auch einen Weg gibt, dass es auch eine Existenz gibt, eine Gegenwart gibt, wo du viel Umsatz hast. Nur dort bist du bisher noch nicht hingekommen. Was kannst du aus dieser Lektion lernen? Nun, das Erste ist, es gibt immer das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade hast. Und zwar das direkte Gegenteil. Aber zwischen diesen Gegensätzen, also in dieser Zone, gibt es theoretisch unendlich viele Optionen. Denn wenn du auf der Straße links fährst, kannst du dich auf der Straße rechts fahren. Aber du kannst genauso auch in der Mitte der Straße fahren und zwischen Mitte und rechts gibt es auch nochmal theoretisch unendlich viel Position. Und deine Aufgabe als Unternehmer ist es, als Mensch in Krisen- und Schwierigkeitssituationen herauszufinden, welche Option gibt es überhaupt und dann eine Entscheidung zu treffen, welche für dich die beste Lösung ist. Wie gehst du also nun in der Zukunft vor, wenn du in einer Problemsituation bist, in Schwierigkeiten bist? Nun, dann das Erste ist erstmal deinen Geist zu öffnen, deine Vorstellungskraft zu öffnen und auf die Suche zu gehen, dass es ein Gegenteil gibt und es auch für möglich zu halten. Denn viele Menschen scheitern nicht daran, dass sie keine Chancen haben oder dass es keine Lösung gibt, sondern einfach daran, dass sie die Lösung nicht sehen oder nicht für möglich halten und nicht daran glauben. Also glauben, dass sie einen Weg daran finden, das Gegenteil von dem zu erreichen, wo sie gerade sind. Und wenn du so deine geistigen Grenzen geöffnet hast und deinen Blick erweitert hast und verändert hast, mit einer anderen Perspektive auf die Sache guckst, dann ist deine nächste Aufgabe herauszufinden, wie viele Optionen da sind, welche auch tatsächlich die beste ist. Denn nicht immer ist genau das Gegenteil das Beste. Wenn du also links an der Gleitplanke schrappst, dann muss es nicht unbedingt das Beste sein, dass du auf die andere Straßenseite wechselst und dann das Auto rechts beschädigst, sondern vielleicht ist es dann das Beste, dass du mit dem Fahrzeug in der Mitte fährst. Das, was also einen Unternehmer ausmacht, einen Menschen ausmacht, der Lösungen sucht, ist, dass er eine Vielzahl von Lösungen erstmal entdeckt und die für möglich hält. Und dann, wenn er die Option gefunden hat, dass er dann die bewertet und dann die beste Lösung für die Situation, für die Ziele, wo man hin will, dann auch findet und umsetzt. Zusammengefasst also gibt es immer das Gegenteil von dem, wo du jetzt bist. Und wenn du für deine unternehmischen Aktivitäten, sei es eine Gründung, Wachstumsvorhaben oder Unternehmensverkauf, wenn du Unterstützung brauchst, dann können wir als X-Grupp-Berater-Team dir natürlich dabei helfen, noch schneller eine Vielzahl erstens von Optionen zu finden, zu der Ist-Situation, in der du bist. Und wir können dir dabei helfen, die schnellstmöglich auch zu bewerten und umzusetzen. Hierfür gibt es einen Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne kannst du jetzt auch unseren Kanal abonnieren, den Daumen hoch machen für dieses Video und weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Lösung deiner momentanen Schwierigkeiten und Problemsituation. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50 bis 100 Prozent. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dein Daniel Schäfer.